und wir kommen zu einem neuen Let's Play, das war eben der 1 Uhr Fail, weil wir haben eingestellt einen 1 Uhr Server Restart und das war... Ich wusste nicht... Lass doch mal deinen Hamster... Den armen Hamster in Ruhe lassen und ich will hier weiter mal... Hamster wird bis dort... Der Hamster würde 500 Mal in dich reinpassen, da musst du auch so langst haben... Mehr als 500 Mal, der Hamster ist nur so... Man hat mal eine Faust... Der ist so groß wie die Hälfte meiner Faust... Kleiner... Der ist so groß wie Hans Sarpay... Ich rede mal ein bisschen lauter, weil sonst tut's schon noch der Minecraft-Ton... Der ist so groß wie Hans Sarpay... Ja, so ist gut, so ist gut, so muss ich bleiben... Halt's Maul... Ja gut... Wer hat... Herr Hüsterhaus ganz schöne Arbeit geleistet mit den Kühen... Den blauen Kleiter, weil sonst hat man wirklich den Hüster nicht mehr... Ja man hat nur ganz blauen Leiter... Ich weiß nicht... So... Ich guck mal nach unseren Hühnern... Na, nach unserem Huhn... Es hat ein Ei gelegt... Und du kannst rausgekommen... Ja... Fail... Du kannst auch zwei Hühner holen... Und kannst wieder an Kinder machen lassen... Stimmt... Kann ich auch machen... Ja... Hm... Chip... Samen... Wo sind die Hühner? Oh schau... Warum will denn der Baum hier nicht wachsen? Den hab ich beim ersten Let's Play hier gesetzt... Ja, aber es muss auch regnen, glaube ich... Damit wollen wir wachsen... Und es hat bis jetzt noch kein einziges Mal geregnet... Ansehe, was wie weit bist du mit deiner Lederrüstung noch angezogen? Ich hab nur einen Fuß... Ich hab in der Tour ein bisschen Leder für dich gelagert... 20 Leder... Ja, ich brauch nicht unbedingt noch Rüstung... Ich hab das mir nur alles dran gemacht... Ja... Ja... Lass mal stehen... So... Wie weit sind denn... Erstmal 20... Das ist dann, glaube ich, schon das 5. Letzt... Oder 4. 4. 5. Äh... Das 4. Das 5. Ich hab heute... Glaub ich... Ja, halt... Sie haben sich mitgezogen... Müsste man danach gucken... Ja... Wir schreiben es ja dazu auf jeden Fall... Ja... Ja... Wenn ihr langeweiler habt oder immer am PC... Ihr könnt doch unsere Homepage besuchen... Wie tue ich dann die Beschreibung reinzessern... Ähm... Was gibt's noch? Ihr könnt auf unserem Server... Da haben wir... Also... Der ist nur von mir und... Und Herrlos... André ist zwar auch drauf... Aber... Ähm... So ein Zweiler... Ich bin jetzt nicht beteiligt... Ja... Ich bin jetzt nicht beteiligt... Da wo er hingehört... Als Maulklo... Nur weil deine Katze... Ich hasse mich... Deine Katze mögen nicht beide... Na gut... Ja... Die treffen gerne... Ja... Vor allem die... Dicke... Dicke... Dicke Katze... Hey... Die Samen sind fertig... Die würde mich haben... So... Nachwitz kommen... Ich lege... Leg mal die eine Kartoffel auf... Ähm... Lange an... Jo... Mach das... Wer so findet... Die Knauhe... Hier... Flo... Hier sind zwei Hühner... Ja... Wo bin ich denn? Du... Das ist gut... Moment... Wenn noch... Die... Die... Aua... Dann haben's... Der mag mich auch... Es wird Nacht... Alle von den Feldern weg... Nicht gut... Wenn du auf einmal ein Creeper kommt... Und all das wegkommt... Ich hab mal auf mich zu schlagen... Junge... Das ist nicht witzig... Das schlägt mich an Dauer... Kannst sein... Dass du verhungerst... Nein... Ich kann nicht ganz mal schlagen... Obwohl ich geh... Warte kurz... kurze Pause... Sind sie wieder da? Ich bin ja nicht zu husten, ey... Weil... Sie werden... Manche Fehler werden hier gar nicht bewässert... Das ist egal... Komm... Wieder ins Haus... Wir fennen dann jetzt mal... Ja... Warte... Ich muss doch was machen... Loll... Äh... Tut mir leid... Der wieder da... Ja... Die... 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 Achso... Wir wollten ja... Pennen gehen, ne... Aber wenn ihr kommt... Ja... Ich bin schon da... Aber der Herr ist der Chillter... Ja... Wenn ich komme... Ja... Warte... Die... Ich bin ja... Ich bin ja... So, ähm, wo hast denn du die Hühner gesehen? Warte, ich führe dich hin, okay? Okay. Ah, Skelett. Warte. Stirb! Stirb! Hallo, bleib hier. Bitte. Ach schon. Da ist noch eine Spinne. Enderman! Da, siehst du sie? Ach, da. Autsch. Ey, wo war denn das? Hier ist nur ein Schaf. Es war in irgendeinem Bach, war das. Ich suche einfach irgendwo. Hier war's. Hier, hier drunne. Komm mit. Ja, wenn du die Hühner gesehen hast. Wenn ihr Angst habt, dass euch einen Enderman killen kann, einfach nur ins Gesicht gucken. Wer ist über die Felder gerannt? Harrel? Nö. Hat die ganzen Felder kaputt gemacht? Ja. Ich hab hier zwei Stalker am Hals. Hilfe! Wir husten näher. Ich stalk jetzt zwei Hühner. Zwei? Aua! Auf! Hühner kommt! Kommt jetzt! Hey! Hühner kommt! Hasslerkühner! Kommt jetzt! Hey, Mann! Kommt doch her! Ja! Wir zauern die ab! Wird mich erarschen! Jetzt! Hier! Oh! Reigelegt! Okay! Das hat wahrscheinlich gedrückt, deswegen... Deswegen kam so nichts. Das hat gedrückt. Ja, was langsam ist es nicht mehr witzig! Ich hab gedrückt! Okay! Komm schon! Komm jetzt einfach hier runter, Mann! Oh, ne! Du mal Huhn, gell! Kommst du jetzt! Huhn! Huhn! Ich hab das Gefühl, dass wir... Wir setzen jetzt zum Schnitt. Liken und abonnieren, bitte! Es geht weiter da!